das habe ich auch noch nicht geschafft ein auto zu reparieren müsste man eigentlich mitnehmen nein kommen aber zeiten da rennen wir wegen dem zeug wieder los ich weiß nicht ob ich dies bauen das nix der geht nicht auf haufen zeug weißt du aber nichts was wir jetzt mitnehmen können ich glaube nicht dass man den autos noch einige einfachen teile finden da in der halle müssen wir mal gucken ich glaube da war ein haufen zeug drin da ist nix ne da kommt man hm ich will doch bloß paar einfache teile haben hier gibt es denn sowas ich sehe das schon kommen wir kriegen unseren handwagel nicht das ist ja alles leeres habe ich auch noch nicht erlebt was ist da los ist da kriegt man nix da kommt er nicht durch weiß nein das ist zu schwer den brauchen wir jetzt auch noch nicht allee gibt es da nicht ich will aber immer noch teile finden kein platz nix da kommt er nicht durch das ist ja sich die dinger herstellen kannst du die und muss im verteil jawohl so ist aber das reicht spritt können wir nicht mitnehmen das nehmen mit das gehen wir mal im wald schlagen es ist ja so klar oder jetzt finden wir die unmasse so da guck mal rein das ist doch wie immer so gut da werden wir nicht rauskommen okay mips okay das wäre uns erst mal ein wagen wenn ich platz ein bisschen und attacke so wie kriegen wir denn mit wir brauchen eine werkbank also die können wir ja noch nicht die müssen wir erst einmal erforschen technologie eine werkbank steine ich sehe hier gar nichts gerade äh bildschirm steine haben wir so forschung den da bestätigen die kann ich schon bauen so es gibt mir meine werkbank okay so steht drin werkzeugkasten ist drin drei baumstämme sind drin wir brauchen wir fünf so werkbank ist fertig dann brauchen wir dann möchte ich haben diesen da wer können wir nicht so können wir auch noch nicht ich will ja noch gar keine bretter machen so rein da so dann wie viel brauchen wir 15 Stück dann müssen wir den auch noch mitnehmen okay so jetzt aber raus raus die will ich haben herstellen so lassen wir den mal die dinge herstellen haben wir einen wagen und dann ist noch mal gucken ob wir den rucksack wieder finden so er braucht es hat 15 stück brauchen sehr schön und dann kann man auf und zurück mit dem und dann können wir wieder aussortieren ja so wollen wir tun auf alle Fälle müssen wir uns dann auch bald nach dem lagerfeinern basteln nicht dass wir dann aber doch hier einmal verdursten ja komm ich drüber gucke sieht das so hell aus eh und eher so duster bei mir 15 haben wir da kommt die punkte nehmen wir noch mit das soll ich nicht machen wollen da fängt doch irgendwo von an jetzt ist es schon merkwürdig ok wir haben ein wagen so ich weiß mal das zeug erstmal rein was das den auch die machen wir da rein aufputschmittel ja die batterien kommen auch hier oben rein ich muss das eigentlich gleich wieder mitnehmen hier sehr schön und wo war jetzt der rucksack glaube ich hier irgendwo ne da auf der straße da gehen wir jetzt wieder hin nur den rucksack haben können wir eine Menge zeug mitnehmen ich muss da runter so hier kommen wir später wieder her jetzt glaube ich nicht unbedingt zeug was wir jetzt für den anfang brauchen das zeug und das zeug und die rätschen die rätschen ist gut das 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 den nehmen wir mit den nehmen wir mit den nehmen wir mit den nehmen wir mit da liegt ein Motor äh brauchen wir jetzt noch nicht Motoren brauchen wir später erst das heißt hier das problem dass wir jetzt nicht schneller laufen können aber egal genau da in den autos war irgendwo ein rucksack drin ne nicht in den aber wo wir schon mal da sind da vorne irgendwo in einem waren zwei rucksäcke oder stehen noch mehr autos sehr gell nein der kommt mit der der und autoteile gut batterien brauchen wir auch aber jetzt noch nicht das mal nur dass man möglichst das zeug kriegen was wir brauchen im moment ne nehme ich mit das nehmen wir mit die brauchen wir sowieso später geht mal beim händler vorbeigucken das heißt das ist das den haben wir waffenöl was brauchst du zum reparieren für waffen oder eigentlich habe ich nämlich die feuerwaffen gar nicht mehr wie viel zu laut das nehmen wir auf alle fälle mit das nehmen wir auch mit das nehmen wir auch mit kühlschrank 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 ist gut bearbeitungstisch können wir beim händler lassen das kühlschrank aus das gleich mit raus dann werden die lücken gleich aufgefüllt kühlschrank holen wir uns mal die rucksäcke da hinten das war ja schon wieder voll wagen nirgendwo von dem waren zwei rucksäcke und die holen wir uns Vielen Dank.